Raoul Richter, 36, und Vanessa Schmidts Beziehung, hat schon so einige Höhlen und Tiefen überwunden. Im vergangenen Jahr hatten sich die beiden sogar für eine kurze Zeit getrennt. Als Grund hatten unter anderem Fremdgehgerüchte die Runde gemacht. Einige Monate später flammte die Liebe des Schauspielers und der Beauty aber wieder auf. Würden Raoul und Vanessa ihre Beziehung bei Temptation Island v.i.p. auf die Probe stellen? In ihrer Story auf Instagram wird die Blondine von einem Fan gefragt, ob sie lieber an Temptation Island v.i.p. oder doch eher bei Let's Dance teilnehmen würde. Dabei gibt Vanessa zu, dass sie und ihr Liebster tatsächlich schon Anfragen von ersterem Format erhalten hätten. Ich könnte das aber nicht und halte auch nicht viel davon, erklärt die 27-Jährige die Gründe für ihre Absage. Bei der Tanzsendung sehe das aber anders aus. Bei Let's Dance wäre ich sofort dabei, berichtet Vanessa. Sie fügt Feuer und Flamme hinzu. Tanzen zählt absolut nicht zu meinen Talenten, weshalb es eine spannende Herausforderung wäre. Das war es ein sehr schönes Mal, als ein Schuss zu der Tattoo. Vielen Dank.